Ich hab hier ewig was merkwürdig gefunden bei den Analytex. Hier sieht man eine 45 Aufrufe, 6 Wiedergabeminuten. Das ist ja alles nochmal. Hier steht 41 aus Deutschland, 2 aus Schweiz und 2 aus Russland. Das sind ja 45 Aufrufe insgesamt. Allerdings finde ich hier auch positive und negative. Da tauchten plötzlich Indien auf, obwohl Indien kein Aufruf stammt. Also es waren ja auch 45 Aufrufe. Ich hab grad das Video hier einmal angeklickt, deswegen sind es 46 Aufrufe. Aber der Daumen nach unten, da sagten die nicht, wo die herkommen. Da kann ich mir mal sagen, was ist damit los? Also irgendwas stimmt hier nicht. Diese negative Bewertung, die kommt da ja gar nicht her. Die kann ja gar nicht aus Indien stammen, wenn da kein Aufruf kommt. Also hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr das Video hier selber teilt und Daumen nach oben geht, wenn ich mein Video über 10.000 Aufrufe kriege. Bis dann und ciao.